So wie bei der unscharfen Konjunktion möchten wir nun auch für die unscharfe Negation eine axiomatische Definition angeben. Eine unscharfe Negation ist eine Funktion, die von dem Intervall 0,1 auf das Intervall 0,1 abbildet. Folgende Eigenschaften fordern wir. Zwar notwendiges Axiom N1 beschreibt die Randbedingungen. Und zwar das N von 0 ist gleich 1, N von 1 ist gleich 0. Als zweites notwendiges Axiom nennen wir die Monotonie. Wenn x kleiner gleich y, dann soll 0x größer gleich 0y sein. Das ist quasi gerade diese Monotonie, die wir besprochen haben, die wir jetzt auch im unscharfen Fall fordern. Optional sehen wir die Stetigkeit als N3 und zuletzt N4, die Involutivität. Das gilt zum Beispiel auch im scharfen Fall. Wenn man zweimal negiert, bekommt man wieder denselben Wahrheitswert raus. Und das ist eine optionale Eigenschaft, die auch einige Voraussetzungen hat. Der